Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, André Wüstner, hat angesichts großer Mängel bei der Bundeswehr umfangreiche Investitionen in die Truppe gefordert. Wir haben in allen Teilstreitkräften massive Probleme gemessen am Auftrag, an der Lage, so Wüstner im ARD-Morgenmagazin. Keine einzige Heeresbrigade sei einsatzbereit. Jetzt zu investieren ist elementar. Wüstner betonte, dass das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr leider Gottes nichts verbessert habe. Man habe sich nur auf internationales Krisenmanagement ausgerichtet und jetzt seien Landes- und Bündnisverteidigung wieder ein Schwerpunkt. Dafür sei die Bundeswehr nicht aufgestellt. Eva Högl habe schon 2023 von mindestens 300 Milliarden Euro gesprochen, die es dafür brauche. Deswegen ist 2024 ein Schlüsseljahr für die Bundeswehr, für Deutschland, für Europa mit Blick auf Frieden und Freiheit.